Nächster Halt Dresden Flughafen Next Stop Dresden Airport Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Dresden Flughafen Dresden Flughafen Dresden Flughafen Wahnsinn! Wahnsinn! Hey, ich bin der Jürgen aus Eros Waldo. Wer bist du? Ich bin Herr Lehmann. Du kannst mich aber trotzdem durchsehen. Hallo, Herr Lehmann. Ah, hallo. Hallo, Herr Lehmann. Hallo, Heidi. Hallo, Karl. Frank. Hallo, Herr Lehmann. Hallo, Herr Lehmann. Hallo, Herr Lehmann. Halt Dresden Flughafen Ich sage auch nochmal Danke für das wunderschöne Geschenk, ich habe die Leute dabei in Schale. Danke. 1.981 Kilometer kann man natürlich nur mit Simon bewegen. Er hat natürlich auch schon gelitten dabei, aber es war noch nicht der Beutvogel. Der Beutvogel ist aus Frankfurt oder gekommen und hat unseren Bauzahn vorhin gefragt, ob man den nächsten Mal reinführt. Ich bin auch kurz und ganz schön bei den Gengenauer abgefahren. Ich habe dem Team Warner oder Berlin versprochen, wer zu mir kommt, fahre ich auch hin. Ich bin definitiv korrekt, weil die Frau hat gesagt, du bist so schlecht, fahr hin. Ich bin weitest du anreißend, jetzt natürlich die Hochgründe. Als einer denkt, also ein. Ja, das ist ein Vokal. Großartig stellen. Könnt ihr euch nochmal Großartig stellen, weil die Presse wieder auch noch ein Vokal kommt? Natürlich darfst du was haben. Kannst du Deutsch? Ja. Ich möchte mich ganz schön bedanken für die wunderschönen Tage hier mit euch. Und ich möchte euch einladen, nächstes Jahr gibt es auch so ein großes Fest. Und wer das mit uns da verhandelt wird, kann man sich dann bei uns merken und herzlich willkommen. Ich habe jetzt schon Videos gesehen von BW von Bulgarien. Also im dritten war das glaube ich von 7 bis 23 Uhr und in der Meile von 6 Uhr bis 6 Uhr. Und gefeiert haben die vier Jahre durch. Also das Ganze anders ist wie bei uns beim Holzschlochen. Und wir hatten ja gestern wieder so ein kleines Highlight. Eigentlich haben sie sicherlich nie gesehen von euch. Wir hatten ja ein Babst hier. Da hat hier vorne jemand gesessen und hat das BW unser besprochen. Die heute Abend müssen wir aufs Gehen gucken. Und ja, die heute Abend gehen wir auf den BW der da mit und auf die und so weiter? Und das jetzt mal besser geht ab. Geh los! Die heute Abend. Jetzt wird er verloren. Geh'n wir! Geh'n wir, wieder du bist im Himmel. Da heil' ich werde nennen etwas blau. Weißes Logo, dein Wille geschehere. da in Sprit fließe, wie auf der Futkelmeine, wo auch wie auf der Straße und führe uns nicht nach Flensburg und anhöse uns von Mercedes dein V8 komme, dein will ich dir. Amen. Der Toni, der ist, naja, der Toni kann eine ganze Weile helfen, da ich ja auch nicht immer in Deutschland bin, kann ich den Toni anrufen, da setzt er sich ins Auto, der kommt auch in den Konkastwesten und hat für das Treffen so einiges vorbereitet und der hat aber vor einiges ja auch, oder einmal in das Jahr was angefragt und angenommen, weil jetzt gerade jetzt in die Artikel, weil wir auch lange lange gezögert haben, aber das war doch unser gestern, das war's. Das sei denn, was? Ich kann's nicht. Du bist aufgenommen als Bobby. Danke. Applaus Machen wir drei noch mit den anderen Sturkunden weiter. Der größte Club, die Elite. dabist werden brennen quiet, perdre auf einen Schprehren- und sicher TWW, oder leider auch in der keine塑-. Meil, das sieht schon sehr gut aus, etwas, auch dabei. Der���of auch, wer hat einen Dämpfer aus gesehen, nochmal in der E-N equalité. Ihr habt das nächste Wahl gerade mal. Ich kann einige Bähungen gerade da gesagt, ich kann drei vier und zwei Jungs mal 5- singleatная gdamn-, machen Dämpferl für ganz Movie trailer. Ach, das stimmt. Okay, kommt mal wieder vor. Kommt mal alle vor. Auf den Zehn, oder? Das ist lange dauern. Ich habe den Gewinn. Nein, nein, nein. Als größter Turm kommt mal hier Zehn. Kommt, komm, komm. Ah, hier Zehn. Normalerweise alle Autos sind selten, ja? Und reichen Zehn! Ich weiß nicht, was du erzählst. Kevin kriegt den Pokal. Die Urkunde. Machst du ja nicht schön. Aber die laufen hoch, die Skorpi, jetzt hat jeder ein anderes T-Shop. Einmal zu zweit. Einmal zu zweit. Kein. Einmal zu zweit. Geht dir nicht. Kein. Das ist ja kein Herz. Die B-Person. Was ist denn der? Die B-Person. 116 dB Carsten Fiedler mit einem 5-Tour-Wähl, 116 dB mit uns, bis leiser geworden, Kreuzer, oder das müssen wir jetzt noch mal kaufen. Vielen Dank, das sind wir alle. Der zweite Platz mit 110 dB. 110 dB, jetzt haben wir noch ein paar, 110 dB, wo wir heimlich sind. Ist nicht da, ok. Wir hatten gestern, einer von der 11.30 Uhr hat es verpasst, wurde ich mitgekriegt. Jetzt ist es da. Ich habe auch mal gesehen, wir hatten nur drei Opeln. Wir hatten gestern da stehen zwei, Bobbycalls und ein Fahrrad. Haben wir die Bobbycalls und das Fahrrad da? Nein, hier ist noch ein Rad. Ein Rad. Sind die mit dem Fahrrad da? Nein, sie sind abgeholt. Ja, abgeholt. Das ist ein Auftritt. Wo das kommt. Ein Rad. Hallo hier. Dann check mal deinen Rad. Ein Rad. Ein Rad. Ein Rad. Ein Rad. Ein Rad. Ein Rad bis zumiamen. Das ist die Zukunft für D&D. Wir hatten dieses Jahr 255 Autos. Wir hatten jemals 253 Autos. Ich sage 253, danke. Ich habe mich gefreut, dass ihr alle wieder daut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Fahrzeugbewertung wisst ihr selber. Ich blüße hier jetzt um. Am liebsten wäre ich, wenn ich vorne ein Pokal ausgeben kann, weil jedes Auto eigentlich schön ist. Es ist wirklich so, ich kenne Leute, die haben kein Geld, kaufen die WG, setzen sich rein, freuen sich, das erste geht kaputt. Ich habe mir gedacht, die WG-Bahn, die entlasten wir uns gehen. Ich komme trotzdem zu mir, ich habe mir eine Achtung, dass man den Autos nicht vorfährt, weil Mut ist ja auch nicht vorzufahren. Also sagen wir, okay, ich hätte das vielleicht gelassen. Das ist aber dann traurig und gut. Wir haben uns natürlich als Team im Robben. Wer das nicht macht, weiß eigentlich, was es heißt, Autos zu fahren. Und vor allen Dingen, wenn du ein Auto fährst, die du eigentlich nicht fährst, wo du eigentlich gar nicht so richtig auskommst. Ich fahre 7er und 3er, schön. Ich weiß nicht, was das von AD, Uber und sonst wo. Deswegen kann man beim Team nicht böse sein, wenn man die gewonnen hat, wenn man denkt, was man gewonnen hat. Wir haben gedacht, wir entscheiden schon. Wir haben auch eine Branche. Ne, bitte dann. Ja. Das ist für Sie. Hier starten wir mal. Problingschess übrigens. Ich starte mal 42. D52 steht hier. Herr Volga, JS36. Ein Östreich ist das anders, weil ein Östreich ist. Sollte eigentlich da sein, weil die ist noch mal weggelegt. Die ist 286, ein E93. E93 ist auch noch 28 aus Potsdam. Ja, da haben wir jetzt einen Kahl. Wir haben einen Kahl. Wir haben einen Kahl. Weißt du, was es heute gibt? Was ist das? Zelt Pause? Okay, du hast was reichen? Wir haben einen Kahl. Wir haben einen Kahl. Ich habe den Wunnen angenommen. Danke. Danke. Herzlichen Dank. Sehr gut. Applaus Jetzt ist er im Rechtsgrund. Das kann ein bisschen anders sein, also nicht wenn ich sage E-90 oder E-36 oder E-36. Das kann ein bisschen anders sein, also nicht wenn ich sage E-36 oder E-36 oder E-36. E-30, Stoppung 156 aus Chemnitz. Das kann ein bisschen anders sein. Das kann ein bisschen anders sein, also nicht wenn ich sage E-90 oder E-90 oder E-90 oder E-90. Und wir hatten den Vorverkauf zu einer bestimmten Uhrzeit gestartet und wir hatten, dass bei Facebook, glaube ich, ging das rum, dass ein E-30 mit H-Kerzeichen. D-X, 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 D-X. D-X, 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 D-X. D-X, D-X, D-X. D-X, 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 D Startnummer 176 aus Frankfurt oder E-E46. 176. Die 172. 176. 1 E-56. Verracht. Deine Vergieres! Die 167. 1 E-56. Was auch mehr? Die 173. Die 173. Die 173. Die 173. Weέλ上面. Die Nr. 199. E-56. Woher muss man es stehen? Achso, ja, Entschuldigung. Die Nummer 236, ein E640. Die Stocknummer 50, ein E87. Die Nummer 236, ein E87. Die Nummer 236, ein E87. Die Nummer 236, ein E87. Das ist ein E87. Wir brauchen es nicht überhalten, weil das Weltweit ist ein E87. 2014 wird in Deutschland ein BMW-Club Europa definiert. BMW-Club Europa definiert, es kommt sämtliche BMW-Clubs aus Europa nach Hannover auf das Expo-Gelände. Das wird vom BMW-Club unterstützt. Ist irgendwo ein letzter August? Ja, letztes August noch sind wir dieses Jahr, dieses Jahr für jeden Tag, auch letztes August. Dresden hat sich übrigens auch dazu beworben. Wir sind knapp gescheitert, weil er hängt nicht in Bayern. Ja genau, auf den Wittlitz-Club und so steht, hängt auch noch ein Stück auf. 28. des 31. ist eine ganze Worte in Hannover. Das machen so zwei Tricks. Einmal mit dem Peine und einmal mit dem Peine-Club. Richtig. Richtig. Und die haben auch mit der Lieblings-Club. Die wollen gleich hier was und aus. Und ja, die machen es schon. Ihr macht auch selber auch den Peine-Club. Ist das richtig? Ja, nächstes Jahr früher. Richtig. Wir werden vorbeinigen, dass die Pfeil festgelegt werden. Also erst trinken, dann der Peine-Club. Dort sind übrigens so ein bisschen mehr Autos wie bei uns. Dort, fast sage ich, doppelte. 500 bis 600. DWE Istweit, die Stopp Nummer 58 aus Potsdam. Applaus Gute Freunde, die Stopp Nummer 101 aus Berlin. BW Edition LK, I Stopp Nummer 2, E930 Bürger, AT44. Startp Nummer 87 aus Ligao, ein E51, der BW Elite. Applaus Und unser Brechkick, der Heidi Nummer 1, für das Startp Nummer 4. Vier, nicht eins, vier. Vier, 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 vier. Applaus Äh, Heidi Nummer 1, was Sie wieder sehen, kommen wir bitte vor. Kommt mal bitte vor. Die Leute, die ja hier, ja wirklich nach dem Syndikat, eigentlich schon fast helfen bei uns hier, um es ein bisschen treffend zu überleben, die helfen natürlich beim Zeltbau, Zahnbau, Wasserprobleme. Und wir haben uns mal gedacht, für die Einreise und für die Hilfe. Gibt es einfach mal einen Backbutschein. Okay. Applaus Applaus Standp Nummer 34, eine E36. Und das weiß ich. Ohne Tensel, ohne Tensel keine Chance. Wer Tensel der Post? Ich hab kein Tensel mit einer Votetik Schlüssel im Haar. Guck halt beim Payday. Das ist aber der Typ, der hier mit seiner Frau, der ist gelätzt und die Gegend werfen. Sechs bei Lüb. Die Nummer 126 aus Cottbus, eine E36. Der Weg von 0%. Die Nummer 146, eine E36. OHV. Die Südose auf mit dem Silbernen. Das ist also der, der auch hier nachts, so wie nicht das. Lieber DJ, kommen wir vor, lieber DJ. Wie gesagt, Lichterpokal, das gestern Abend mitgekommen hat, am Freitagabend. Ich habe auf Facebook-Deutschsprüge viele Bilder gesehen. Ich halte eigentlich mitgekommen zu haben. Der DJ hat belernt und ich denke mal, der kann selber was sein. Ja, was soll ich sagen, ich stehe auf Bling-Bling. Viel Bund hatten wir alle. Natürlich waren alle Schönen auch für mich vor allem am schönsten. Ich halte nicht. Also kriegst du hier zwei Pokale? Ja, das wollten wir, jetzt hat vielleicht wieder ein Problem. Das wollten wir eigentlich nicht machen. Dass wir hier auf Ortschöhe rausschicken, die zwei, drei Pokale haben. Wenn da einer sagt, ich habe die selbe, dasselbe Pokale haben wie kein und umhäubig. Du bekommst jetzt mal eine von uns. So, aus Bulgarien waren sie da. Aus der Schweiz waren sie da. 824 Kilometer. Aus Bulgarien mit dem Siemer. Aus der Schweiz mit dem Mini. Die Stadtnummer BE 749218. Die sind schon bereit? Ja gut, den Mini brauchen sie, das ist länger. Ich glaube, der Siemer braucht trotzdem noch etwas länger. Der nächste Mini aus Brennberg. 138. Stadtnummer 138. Die sind alle weg, oder wie? Die Minis. Noch ein Mini. Stadtnummer 158. Die Stoffnummer 178. Die Stoffnummer 178. Eine E 32. Das ist leider. Wenn Sie mir die Stoffnummer 159. Noch ein Mini aus Aureich. Die Stadtnummer 6. Das ist die Sarona. Einer vom TNB-Club Ost-Island. Jetzt so Ostrisen-Türzeln. Teil E92, mit der Stadt Nummer 241. 2, 4, 1. Kommt doch schon ein junger Mann, der ist nicht so schnell. Applaus 1, 2, 3 aus Gräsen, mit der Stadt Nummer 83. Applaus 2, 3 aus Gräsen, mit der Stadt Nummer 84. Applaus 2, 3 aus Gräsen, mit der Stadt Nummer 84. Statt Nummer 252, ein E24 aus Meisen, hat der sein. Statt Nummer 21, ein E24, Potsdam XX. Was liebeste Treffen bist du jetzt bei uns? Viertes oder fünftes Mal. Ja, fünftes Mal. Fünftes Mal, alle Treffen sind gemacht. Ja, denk schon. Alle fünf Pokale gibt es in der Kasse? Ja, ich glaube ja. Also der ist jetzt was ruhig. Also wenn du irgendwas tunest an dem Ding, gibt es keinen Pokal dabei. Weil der ist gepflegt, der ist sauber, der ist einfach so richtig guter Weg. Ein E46 mit der Nummer 2-0, D212, DDML284. Mario Daniel. Jetzt hat er noch acht geklappt, ey, der ist auch da oben drauf. Der hat jetzt gegründet. Das ist doch deshalb dessen, ich wüsste, dass es wieder wird. Mario, Mario, verweist du es, dass du den Schottbücher nicht gemeldet hast? Dann wäre ich ja nicht hier, oder? Danke. Die ist noch Nummer 54, E46. A-I ist Bildesheil. 159, eigentlich gesessen wurde ich an Pändis. 1, 5, 2, Pändis. Das kommt schon. Startnummer 19, ein E46. K.A. ist? Karlsruhe. Startnummer 2, 0, 1, E46. Schau mal, du bist doch versöhnlich, ne? Darf ich vor der nächsten Treff mal zu dir kommen? Danke. Danke. Das ist der nächste Fick. Ja, wenn die Linie war das, als er die Haare schneidet, dann braucht er wahrscheinlich nur wieder 17 Stunden, bis er wieder auf dem Platz ist. Brauch mal dran. Ah, kein Wunder! Nur 132, eine E46. So sieht's ja alles. Bist du jetzt angekommen? Ja nicht. Ja nicht. Ja. Ausweiskontrolle. Ausweiskontrolle. Für Kinder 18. Nur 132, aus Zwickau, eine E46. 1, 3, 2. Z, Z, K, F, 3, 3, 0. Jetzt haben wir Neugrundtechnik. Ich glaube, in die Richtung, dass wir eigentlich zu viele Pokale vorgehen, wenn ich zusammen mit dem Zettel durcheinander kam. Es gibt ja auch auf Facebook mittlerweile die Gruppe gegen Pokale, also gegen Pokale oder so. Ich hab da mal geguckt, dass wir ja fast 10.000 Einträge. Und die Clubs tun ja einfach sehr, dass diese Pokale auf dem Anfang teuer werden. Also bei uns ist es auch größer was, diese Pokale. Aber, wie gesagt, jeder sollte einen bekommen. Die Nummer 70, eine E46. Jeder einen. Die Nummer 8. Das Auto hat sich bei uns beworben, im Forum, bei dem Spiel Best of 2013. Ich glaube, du bist die Woche noch dran, oder? Wer spielt eigentlich jetzt? Keiner weiß, wer das wird. Du gegen? Ja, schaut einfach mal vor. Ja, genau. Igels gegen Igels. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Nummer 94, eine E39. Ja. Da kommen Sie mal nach. Ja, klar. Ja, genau. Ja, genau. Die Nummer 27, eine Eologase. Ja, genau. Die Nummer 134. Die Nummer 134. Eine E39 aus Chemnitz. Auslesen von den Treibers Club. Der Matrix Racing Schwarz mit der Nummer 13. Die Nummer 32, eine E38. Ah, das ist mein Hip-Hink, da gebe ich öfters durch Gretner Dunn vor. Was formuliert durch Gretner Dunn? Pauli ist erst sterben. Die Zellen ausgelöst werden. Die Stolper, die Kennzeichen, das soll ich tun. 193, AE 38, aus Pitterfeld. Das ist, das ist... Renni, genau. Begeilt ist mir auch, oder? Weißt du nicht? Freifahrt, super. Oh, jetzt muss er aber reden. Das hat doch mal geläbert, was eigentlich schreit, oder? Zulina-Greber. Ja, weil man macht derzeit nicht, weißt du das, Dexter? Wie du das Leier verteid... Zu verteidigen, weil ich noch was verteidige, oder? Habt ihr alles Leier von Dorn oben gehabt? Wer nicht? Boah, Junge, schrauben sie nicht. Danke. Die Nummer 108, AE 34. Ja. Ist es mit deinem Auto, sag ich, oder? Nein. Du musst auch noch einen gucken. Nein. Ja. Er kriegt dein Klub hinterher noch ein weites Anreiz, oder? Genau. Die 198, AE 34, Birna TV 86, von den Elbphauer. Applaus 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 2-1-4, Tournor-Kurzzi, Eier E-30 Kohl der Grenzweige Applaus Applaus Ja, das können Sie euch auch nicht hören, gell? Gut, ein Mangel. Bis Geburtstag. Bis Geburtstag. Und ein Mangel. Das war aber schön, die Kaupfer-Kuerte. Weil, weil die Kaupfer-Kuerte hat, das hat schon mal ein Fall. Ja, ich sollte die mal ein Wochenende machen. Nein, 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 nein. So. Ja, das ist geil. Wie meint, wird er seinen Mühlen mit dem Geld aufhalten? Ja. Raucho, von der Dreiwurst, kommen wir bitte vor. Ja, ich weiß nicht. Und der Papa von dem schwarzen Doppikau, der Dreiwurst bräst. Kommt mal bitte vor. Jason ist doch... Ja, ich weiß nicht, ob er gesagt hat. Ja, ich weiß nicht, ob er gesagt hat. Aber Zeltkorn ist, also... Jetzt müssen wir können. Zus Vierten kommen, trotzdem noch ein Pokal. Für den Kleinen, bitte. AEG 36, die Stadt Nummer 3. Ich danke dir auch. Wie jedes Jahr. Dieses Jahr war es nicht am Sonntag, sondern am Weihnachtsfoto gepostet. Offiziell war ich am Gieterweinreis. Auf dem Platz war ich am Donnerstag. Wobei? Ähm... Vorherbei. Vorgeträngelt hast du den! Also der war vor uns auf dem Platz hier. Hat sich vorgeträngelt. Und ist jedes Jahr eigentlich mit dabei und will. Wie auch die anderen. Ein Dankgutschein. Dankeschön. Die Nummer 104, RNG 36. Die Nummer 162, die eine E30. Die Nummer 173, die eine E60. Die Nummer 173, die eine E30. 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 Und dann habe ich schon noch gerade gehört, die beiden Namen, die da einmal am Kettstand und die eine E30. Und die Dame vom Cocktailspann, die auch so weißig gearbeitet hat und wie die Skorpione verteilt hat. Die hat uns abgefüllt, die hat uns abgefüllt. Das stimmt überhaupt nicht, die Frau hat nicht mehr abgefüllt, die hat nur für Umsatz getroffen. Und dann haben wir auch noch einen E-Sport. Und dann haben wir auch noch einen E-Sport. Und dann haben wir auch noch ein E-Sport. Ich denke, das geht jetzt an der Regie, das ist super, ja. Das sind die Top-Naller. Wir wollen jetzt da. Das war drei Stunden. Das war auch noch ein paar, das ist die 5. Am Ende ist noch nicht schon noch ein paar. Liebe Flugmitglieder, liebe Gäste, liebe Veranstalter, erstmal herzlich einen Applaus für unsere drei Hauptleute vom Täterring. Ich würde sagen, wir fangen mit der süßen Verschulung von Zertstadt an, Peter. Vielen Dank, dass ihr uns so schön das heute habt, am Wochenende. Wir hoffen, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen. Gerne, auch gerne. Weil Dresden, das ist eine schöne Stadt. Du hast mir gestern Antworten, dass du Dresden unbedingt mal angucken willst. Ich nenne dich, Frank. Peter, ich nenne jetzt die junge Frau vom Cocktailstall, die da noch so ausgerutscht ist, dass die Cocktails ordentlich werden. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Das war der Fiest. Das größte Danke, was ich euch sagen möchte, geht an den Kederrad, dass das Manni so kurzfristig eingesprungen ist. Irgendwas haben wir versucht, auf die Bange zu stellen. Ich hoffe, es hat Befattbares, wie du es vorgestellt hast. Da ist es sehr wichtig. Und es hat das auch mit dem Ehren gewesen, so ein bisschen. Aber Jungs und Mädels. Hat er einen Applaus verdient, ja, ne? Manni, mein Guter. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Das war's, was wir hier hatten. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir. Bei euch ist das sehr geschmeckt. Und vor allem, was man da schon sagen muss, auch bei seinen Jungs und Mädels da mitgemacht hat. Nochmal sprechen, sämtlichen Applaus an alle Leute hier. Applaus Hi, hast du was gefunden? So, bevor es hier jetzt weiterhängt, eine kleine Bitte, habe ich noch vorne am Eingang. In eine riesengroße BMW-Fahne. Wer noch nicht drauf unterschrieben hat, den möchte ich bitte auch unterscheiden. Weil diese Fahne wollen wir, von dem BMW-Freunde Apollern, den Skoplin schenken, als Dankeschön dieses schöne Treffen. Der Schöne ist, jeder sich auch verhebeln könnte. Wie gesagt, steht auch, wir waren das drückte BND-Treffenskauf in Dresden. Wir waren dabei. Ich wünsche, dass die Fahne voll wird. Applaus Ich habe heute die ersten vier Jahre in den Pokalen bekommen. Ich habe euch schon versucht zu erklären. Wenn da einer ein Pokoli hat, sagt das mir kein Pokal. Ich will aber nicht irgendwas ausüben. Ich werde mit niemandem drüber reden, der keinen Pokal hat. Auch in der Hand weiß ich, warum er keinen hat. Der Klub, die bewertet haben, haben so entschieden. Ich habe nicht bewertet. Wenn vier Autos da waren und jedes Mal ein Punktunterschied ist, kann es am Ende nicht lang. Und wenn das noch so schön ist, von außen kann es sein, dass von innen vielleicht irgendwas war. Also, Leute, nicht niedrig. Der Klub hat so entschieden, okay? Wir vergehen jetzt noch die sechsten Fahrzeuge, ich hoffe, derjenige ist schon noch. Und dann schauen wir weiter. Die Nummer 114 aus Meißen, eine 90. Die Nummer 155, eine E46. 1, 5, 5. E46. Nicht wahr. 1, 6, 3. Ein E36 aus Doppels. Autos schon in den Boden. Die Nummer 53. 5, 3. Das ist das Gute, was ich beim Weltmarkt gelernt habe. Das ist das Gute. Wenn die Leute natürlich verschwinden, rutschen andere auf einmal nach, die nie damit gerechnet haben, um irgendwo mal einen Pokal zu bekommen. Nicht wahr. Die Nummer 36 aus Berlin, eine E46. Die Nummer 36 aus Berlin, eine E46. Die Nummer 37. 12, 5. 4, 5, 6, 6, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 9, 11, 11, 13, 11. Die Nummer 33. Das gehört viel... Aus spirituality 3, 15, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, lee. Was great! Danke. Will, bis nächstes Jahr. Kurze Verboten. Danke, wir sind bescheid. Sorry, was falsch. So, zwei sind nicht da. Rutschen zwei beiden nach. Haben wir eigentlich den Robby Ruthmann noch da? Perfekt. Der Robby, der Robby ist Lärm geformt für uns. Hat sicherlich mir immer das Auto, um Pokale zu bekommen. Oh, beim Pokal wird das Auto gemacht. Der Robby, der ist ein Exmitglied von uns, hat nicht immer das schönste Auto. Ist auch so ein Mann, der eigentlich auch nicht immer viel Geld für ein Auto übrig hat, sondern vielleicht etwas anderes steht. Und der ist auch ein Werbung für uns gebracht. Und das finde ich so kräftig, dass wir eben auch Dankgutschein geben. Vielen Dank. Die Nummer 59. Ein Schweizer. Und die Peer gelangt. Nein. Als Entschädigung, das ist wie gesagt, dass wir bei der Anreise, aber das ist nicht am Eingang. Also eigentlich, dass wir bei der Anreise. Das heißt, dass wir bei der Anreise machen. Das ist nicht am Ende. So, das ist leer. Die Pahre sind weg. Der Peer war jetzt noch zu öffnen. Der Peer hat auch noch gebränke. und vorne gibt es eine Kopfgebung, jetzt war grünslich irgendwas. Also macht Patricia auf der Autobahn jetzt.